meine nächste band hatte sich eigentlich 2008 mit einer großen farewell tour verabschiedet aber irgendwie konnten die fans nicht so richtig ohne sie und sie eben auch nicht ohne ihre fans das ist ja so wie eine ehe ganz toll zum 30 jährigen jubiläum haben sie dann in diesem jahr drei konzerte gegeben und zack ja der ansturm war überwältigend kein wunder bei ihren hits wie time to wonder won't forget these days oder den song den sie uns jetzt spielen achtung every generation got its own disease was so viel bedeutet wie egal wie alt man ist jeder hat zu seiner eigenen maladesken sag ich jetzt mal hier sind fury in the slaughterhouse so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020